Hallo Hoher-Wei-Freunde! Heute möchten wir euch ein Geschirr aus dem Hause Grossenbacher vorstellen, das X-Long, das extra lange Geschirr. Es ist für Hunde, die schon älter sind, die Probleme mit der Hinterhand haben oder aber auch Hunde, die frisch operiert wurden, die eine Unterstützung des Rückenbereichs brauchen. Hier ist ganz wichtig, dass die Gurte hinten kurz vor den Hinterbeinen sind. Hiermit können wir dann dem Hund hinten wirklich eine Hilfestellung geben beim Aufstehen. Das Geschirr ist jetzt nicht für Eiler, es ist für einen Kunden speziell hergestellt worden. Es ist nicht passend für Eiler, aber Eiler demonstriert es euch ganz schön. Der Vorteil an diesem Geschirr ist, es handelt sich um ein Support-Geschirr bis hier vorne. Und dann der hintere Bereich, das X-Long, was hinten auch nochmal eine zusätzliche Schnalle hat. Ist der Hund genesen und braucht dieses X-Long-Geschirr nicht mehr nach der Operation, kann es ganz einfach vom normalen Support-Geschirr getrennt werden. Hier unten muss es dann auch gelöst werden. Und ihr habt einfach ein ganz normales Support-Geschirr für euren Hund. Also in diesem Sinne, Oberbart, alles andere als Hund.